So, Test eines Kugelbeschleunigungsgeräts. Gucken wir mal, wann so ein Ding kann. Kugelbeschleunigungsgerät. Ich habe mir extra jemanden einfliegen lassen, der das wahrscheinlich besser kann wie ich. Also auf jeden Fall trifft er sonst viel besser wie ich. So heißt das Alt. Der muss jetzt erstmal gestärkt werden. Also machen wir Eis. Und dann gucken wir uns das, planten wir die Bilder ein. Kugelbeschleunigung, also praktisch mit dem Bogen, Kugeln beschleunigen. Wie schnell können die und wie präzise sind die? Sind die Dinge wirklich so gut, wie man in den China-Videos oder so immer sieht, dass die damit treffen? Ich brauche jetzt ein bisschen, bis das kalt ist. So, Eislecker von unserem Profi-Heini ist da. Wenn ich jetzt richtig gut bin, dann kriege ich die Dinger auch noch geholfen. Ein bisschen enger. Jetzt noch. Ich sollte stehen. So, warte, hier, Stopp, Stärkung. Müssen wir da mal uns über den Bogen und so unterhalten. Ja, besten Dank, erst mal. Ich habe Hunger. Machen wir gleich ein Fazit. So, die ganze Sache haben wir natürlich nicht eigentlich nur alleine gemacht. Es waren mehrere Leute, die damit geballert haben, die es probiert haben. Hier links seht ihr das Visier, also zwischen diesen beiden Bogen sehen. Das ist normalerweise ein kleines Loch, konnte ich nicht aufnehmen. Konnte man nicht richtig zeigen. Ja, hier ist der Bogen. Sieht man das mal so im Test. Heißt, zur Stärkung. Frankie, und da wollten wir mal den Bullen bei den Hörnern packen. Das ist eigentlich eine Kuh. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Stärkung, Essen ist verdaut. Wir konnten ein paar Mal ballern. Allerdings regnet es mal montan und es wird dunkel. Beleuchtung. Genau. Darum haben wir das Ganze erstmal eingestellt, weil man muss ja tatsächlich richtig anvisieren und sein Ziel sehen. Und da ist das ein bisschen witzlos, wenn es dunkel ist. Anvisieren ist halt so mit die Sache. Natürlich die große Anfängersachen. Ich habe das jetzt, weil ich habe ja hier ein Visier. Ich habe hier ein tolles Release. Ich habe den mit Magneten oder sowas. Da ist sogar noch einer drin. Also muss man ja automatisch treffen. Was war mit Treffen? Also bei mir ging es. Ja, eher später. Release, Release. Ja, also. Er hat mein Release erst genommen. War nicht so. Er hat dann sein abgestimmtes genommen. Das war besser. Das ist etwas anders als deins und das funktioniert etwas besser. Aber was wahrscheinlich auch an diesem ziemlich kurzen Achsabstand liegt, das macht das ganze Ding sehr instabil und sehr, sehr giftig. Und ja, wenn man nicht genau hundertprozentig weiß, was man tut und wenn man halt das Kamponschießen nicht gewohnt ist, dann sträubt man halt wie ein betrunkener Dor-Ganner. Also das ist halt so. Er ist jetzt schon umgebaut. Er ist jetzt schon modifiziert. Das Ding, Stabil, Feder, ist normalerweise nicht dabei. Wenn er nicht drauf ist, man merkt richtig einen Schlag. Weil die Sehne haut er hier durch und haut hier auf dem Stopper drauf. Muss später mal eine Aufnahme machen. Visier nicht dabei. Bogen kommt dann blank. Muss man sich da ausstatten, wie man möchte mit den ganzen Sachen drin. Geschwindigkeit hatten wir, ich bin mehr Zwillentyp. Ich sage 91 Meter die Sekunde. Er ist mir momentan mit Bogentyp auch. Zwillen ist er. Ach, lass die. An die 300 FPS. Das ist schon auf jeden Compron-Bogen auch. Also die schießen die Pfeiler in der Regel auch mit dieser Geschwindigkeit. Mit 7 Gramm Kugel. Also waren wir bei einer Energie von aufgerundet 30 Joule. 30 Joule, genau. 29,89, weiß der Geier, irgendetwas noch in den Dreh. Das macht schon kaputt. So, kurzer Break. Schauen wir uns mal an. Also, das hier war eigentlich der Streukreis. Zum Teil ging er ein bisschen weiter. Hier sieht man Einschläge da und Einschläge da. Zum Einschlägen kommen wir gleich nochmal. Nachher wurde er besser. Präzision, wie gesagt, also man ist halt nicht gleich automatisch. Aber wenn wir sagen, das Ding hat 30 Joule. Was sind 30 Joule? Gehen wir mal rum in die Catchbox. Guckt euch die Dellen an. Das Ding ist jetzt klein Pickel, die Catchbox. Sowas hinterlässt 30 Joule. 7 Gramm Kugel, 12 Millimeter, gute 90 Meter die Sekunde. Von da hin. Ja, das ist schon mal. Hat viel mehr, den zu spannen. Das sind jetzt eigentlich die Vorteile von dem Bogen. Da muss ich gucken, ob ich rausbekommen. Ich finde die komisch. Für die, die sich jetzt nicht so auskennen damit. Der hat hier oben keine Rundung, sondern so Oval-Ei-Dinge. Wenn man entspannt, ist es am Anfang schwer. Und später, das letzte hat er noch, ich muss nachgucken, ich glaube 50 Prozent. Oder sowas. Der hat jetzt nicht die komplette Volleinstellung. Ich habe da mal vor Tagen ein Video gemacht. Ich blende das mal ein. Nur falls ich jetzt Quatsch erzähle. Ich meine 40 Kilo. 40 Pfund. 40 Pfund, der kann nicht. Auszugsgewicht 20 Kilo. Das ist ca. Ja, hat er nicht. Kann man, du musst die Schrauben reinlegen. Ich habe mit der Federwaage da gemessen. Man kann entspannen bis, angeblich laut Verkäufer, 65 Pfund. Das heißt also, ich zwölf ein Typ, 20 Kilo. Hier spannen, aber nachher hier beim Halten, hier geht es auf einmal ganz leicht. Der lädt auf. So. Bogenheini wieder. Lädt auf. Lädt auf. Genau. Das ist immens einfach. Also man erschreckt sich richtig, wie das Ding hinten auf einmal in den Anker reingeht. Und man kann es ewig lange halten. Also das ist überhaupt nicht mit einem normalen Bogen, überhaupt gar nicht vergleichbar. Wenn der hinten schon knackig wird und man hier den maximalen Zugewicht hat, ist beim Comp-On-Bogen, ist das wirklich sehr, sehr einfach. Du hast jetzt voll mein Konzept kaputt. Das sind zwei Sachen. Das ist jetzt eigentlich erst zu dem anderen kommen. Mit dem Dum-Konzept, dass es noch nie ein Konzept gab. Doch, Chaos. Okay. Spann, halten. Hinten, halten, weniger. Das wird aber auch bedeuten beim Beschleunigen, er beschleunigt von langsamer auf mehr. Also nicht wie bei der Zwille oder sowas. Ganz hinten beim Ausziehen ist die höchste Beschleunigung. Und je weiter die Kugel, je schneller die Kugel nach vorne kommt, umso weniger Energie ist eigentlich da, um sie zu beschleunigen. Das ist der Vorteil bei diesem Compounding. Weil hinten hält man leichter und da merkt man, oh, hier ist natürlich die Beschleunigung dann auch geringer und dann auf einmal der Schlag, wo die Beschleunigung dann richtig einsetzt. Weiterer Vorteil, weil du gesagt hast, man kann den so schön lange halten. Andere, ich nicht. Der Bohm verliert keine Geschwindigkeit. Beim Latex haben wir es so. Sekunden, dann ist die Flugbahn schon wieder, ist der Einschlag weiter vorne bei mir. Das ist eine Entfernung, das merkt man sicherlich. Hat man hier halt nicht. Hier ist es, bis auf die normale Streuung, immer gleich. Gut, das Ding passt jetzt nicht unbedingt in meine Hosentasche. Ja, mach ein bisschen Paracord dran, dann ist das MC-tauglich. Stimmt, Paracord-Filter, das. Paracord um Schrumpfschlauch, das was. Dann ist ja MC-tauglich. Ja, also was macht man damit? Gute Frage jetzt. Also 12mm Kugeln ist, glaube ich, das Miesgewicht, was ich hier verschießen muss. Ich kann nur magnetische Munition damit schießen. Um einen Pfeil damit zu schießen, müsste ich den massiv umbauen. Ja, gut, die Pfeilauflage. Ich habe keine Pfeilauflage, die kommt noch nach. Ja, wo willst du noch einen auf jeden Fall? Hier, da ist ein Gewinder, da kann man so eine Pfeilauflage machen. Wo ist die hier? Und da ist ein, da ist ein, da ist ein, da ist ein, da oben ist ein Knock. Nein, tatsächlich ist es da. Der ist ein dafür vorgesehen. Ach, Wahnsinn, hat man tatsächlich mitgedacht. Okay, ja, man könnte dann richtig schnell am Pfeil schießen, ja. Vorteil ist, bei dem, er ist hier links und rechts abgespannt. Das heißt, es gibt keine Verdrehung beim Spannen, was man sonst bei einfachen Compound-Teilen hat, zum Teil. Zumindest hatte ich das Gefühl, so von der Qualität sieht er eigentlich nicht schlechter aus. Ich rede vom Aussehen, nicht von der Funktion. Ja, also der Maschinenbau-Nerd in mir, der ist über so ein paar Gewinde gestolpert. Ja, ist schon okay. Also, da gibt es Schlimmeres und dass hier die Wurfarme halt waagerecht stehen, damit der Schockwirkung nach oben hinweg geht, das ist mittlerweile auch up to date. Also, das ist schon wohl up to date. Ach, das wusste ich noch nicht, was, wenn die sonst so mehr gestreckt sind, wie beim normalen Boden, dann geht die mal nach vorne. Dein Compound-Punkt, der bei mir im Keller hängt, der hat die Wurfarme und schreckt nach oben. Ja, genau. Der schlägt dann, der hat einen Schuss nach vorne. Also, die modernen haben die alle waagerecht. Ich habe mich schon gefragt, ich habe gedacht, das wäre einfach, damit die kleine gebaut sind. Aber die kleine Größe, also dieser schmale Achseabstand, der kostet einiges an Präzision. Leider, leider. Ist nichts anderes als ein Spielzeug, muss man vielleicht ehrlich sagen. Macht natürlich auch Laune. Gefährliches Spielzeug. Ja, gefällig im Sinne von, ja man verletzt sich selber nicht, also die Gefahr, dass ich jetzt hier irgendwie einen Rahmentreffer produziere oder ähnlich, solange ich hier mit einem Release löse, passiert das nicht. Ich könnte, wenn ich dann hier mit einem Fingerablass schieße, wie du, du hast ihn gerade mit dem Finger ausgezogen, und wenn ich dann verreiße, wenn ich jetzt hier, du hast da zwei parallele Sehnen, die verdrehen sich dann. Und die Bogenschützen sagen ganz gerne Gitarrenspieler dazu, wenn ich nicht nach hinten löse, sondern zur Seite, zack, dann kann das passieren, dass es ein Derailing gibt, das heißt, die Sehne springt da hier oben raus, und dann fliegt die ganze Kiste von jetzt auf gleich auseinander. Machst dir einen Schlip vorbei, hundertprozentig. Also das ist sehr spektakulär, wollte ich viel wetten. Darum musst du ja eigentlich immer mit Release geschossen werden, dann kann aber eigentlich auch nichts passieren. Dann schießt man sich nicht auf die Finger, schießt man sich nicht auf den Rahmen, aber wo so eine 12mm Kugel mit 30 Jun einschlägt, das, also man hört es auch ganz gut in der Catchbox. Das rumste richtig. Die Catchbox ist nicht dafür ausgelegt. Ah, den Eindruck hatte ich auch. Ja, gut, die war für die 5,8er, 0,8 Gramm mal gebaut. Ja, also ein bisschen 5,8er ist auch drin in so einer 12. Also das knallt schon richtig. Also schade, dass wir jetzt nicht die Gelegenheit hatten, den jetzt mal auf 30 Meter laufen zu lassen, das wäre mit der Visiereinstellung, mit dem Pin-Visier, ich habe ja mehrere Visiernadel, da kann ich einfach ein bisschen höher halten. Das wäre natürlich eine richtig schicke Weide. Was meiner Meinung nach auch der Nachteil an so einer Kiste ist, wenn ich jetzt auf 10 Meter schieße, ich habe gar keine Chance die Kugel zu sehen. Ich löse, ich höre das Schussgeräusch und ich sehe irgendwo ein Loch. Das ist ja schade. Also wir haben extra dann nochmal Karton, zum Teil einen neuen Karton immer wieder hingehängt, dass man sieht, wo hat man überhaupt getroffen. Weil wenn man den hier nimmt, ich nehme es wieder mit den Fingern, weil man es nicht macht. Man guckt hier durch so ein kleines Loch durch, über die Visierteile und man verdeckt damit seinen Blick. Also nie mit dem Leerschuss, sondern immer langsam von vorne, weil sonst ist da gleich Schrott, kann Schrott sein. Also man verdeckt sich da und somit eigentlich daher ein bisschen schade mit den Kugeln. Das haben alle Visierschützen, auch Bogenschützen mit Visier, dass das Geschoss irgendwann wieder im Blickfeld auftaucht. Und dann man es nachfolgen kann. Wenn ich, so wie ich das mache beim Bogenschießen und wie auch beim Zillenschießen, intuitiv schieße, habe ich den Pfeil immer im Blick, weil der Pfeil ja ein Teil meines Visiersystems ist. Ich gucke über den Pfeil und vom Lösen an kann ich den Pfeil direkt nachverfolgen. Wenn ich dann, deinen Compound habe ich ja teilweise auch intuitiv geschossen, blank geschossen. Und teilweise auch mit Release und Visier und da ist es auch so, dass der Pfeil dann irgendwann wieder im Blickfeld auftaucht. Und wenn man ihn dann bis zum Endverbraucher nachverfolgen kann, finde ich nicht ganz so schön. Und bei der 12er Kugel ist das noch schwieriger. Auf 10 Meter Gas gibt es keine Chance. Da gibt es einen Knallenschlag und dann ist da irgendwo ein Lock und dann kann man, wie beim Gewehr schießen, über Pistole schießen. Man ist auch so gelöst vom eigentlichen Schuss oder vom Projektiv. Es sind zwar nur 91 Meter die Sekunde, also Zwillen können schneller sein. Ich würde jetzt nicht sagen, sind schneller. Man kann sie schneller bauen, ja. Hier bei dem kann man auch noch ein bisschen raus drehen. Man kann, wie gesagt, noch mal Strosspannung herangehen. Also langsam, also der hat jetzt, glaube ich, 296 FPS gemacht. Ja, natürlich. Muss man blöd machen. Also das ist schon nicht ganz langsam. In der leichten Einstellung. Wie gesagt, man kann noch, man kann eben noch ein bisschen mehr Saft dazugeben. Bloß so viel gestärkt habe ich mich nicht, dass ich das jetzt nicht spannen wollte. Bestellt China Aliexpress. Das günstigste, den ich gesehen habe, waren bei 220 Euro inklusive Versand. Kam nicht an. Ging wieder zurück. Also mal teure bestellt. Ich muss nachgucken, blenden wir ein. Ich meine, der war bei 260, 270 inklusive Versand. Ja, ist halt ein teures Spielzeug, wie so viele andere Sachen auch. Eine Astgabel und Gummi ist billiger. Ja, aber erst mal überlegen. Das Ding kostet 250 Euro. Das ist der Wertverlust von einem Auto. Von einem kleinen, keine Ahnung. Du hast das Release noch, du hast das Visier noch, andere Sachen dran. Also sagen wir mal aufgerundet 300 Euro. Das ist aber, ja, Zimmer machen. Das verliert mein Auto jeden Monat. Also eine gewisse Relation ist da. Aber für ein Spielzeug, was man eigentlich nicht so häufig mitnimmt, finde ich es echt arg. Da kannst du es mal schlecht beim Waldlaufen mitnehmen oder aus der Hosen fischen ziehen und benutzen. Ist nicht drin. Dürfte man allerdings. Ist ein Bogen. Ist keine Armbrust. Kannst du mit durch den Wald laufen. Darf da keiner was. Würde ich nicht empfehlen. Würde ich nicht machen. Aber rein rechtlich denke ich nicht, dass es da ein Problem geben könnte. Die Leute gucken komisch und es gibt lange Diskussionen. Ja, das ist nicht realistisch. Aber zum Spaßfaktor, es gibt natürlich auch Kugelarmbrüste, die halt Kugeln verschießen. Die gibt es für weniger Geld. Machen auch Löcher. Was hier dabei halt auch ist, auch mit dem muss man üben. Ist nicht so, ich habe ein Visier und habe da wie beim Gewehr einen Lauf und es kommt da direkt gerade raus und genauso kommt es dahin. Beim Gewehr muss man auch das Visier dementsprechend einstellen. Muss man bei dem halt auch das Visier auf sich abstimmen. Frankie brauchte das Visier ein bisschen anders wie ich. Du hattest immer weiter links gehalten. Ich musste, glaube ich, so ein Stückchen weiter rechts halten. Ich habe auch weiter links geschossen, also habe ich nach rechts korrigiert. Ja, aber das Problem ist, wie gesagt, der ist sehr, sehr nervös. Und du hast das gleiche Problem, was du auch hast, wenn du mal eine schwere Waffe abfeuerst. Irgendwann fängst du an, die Kurzformschuss zu verreißen, um dich schon auf diesen Schussreflex, auf diesen Rückstoß einzustellen. Und der Slogan, den man uns damals beigebracht hat bei der Bundeswehr, war halt sich vom Schuss überraschen lassen. Genauso ist das bei mir auch. Ich mache mein Release zu. Sicher mal das mit dem Finger. Zieh das aus. Geh mit dem Bogen ins Ziel. Finger auf das Release und dann wird der Druck immer ganz langsam weiter erhöht. Immer weiter erhöht, bis ich irgendwann vom Schuss wirklich überrascht bin. Und wenn ich sage, jetzt, dann ist schon, ich weiß nicht, wo mein anderes Release ist. Das war einem anderen Bogen. Ich glaube, ich hatte meinen Bogen vorher mal jemand anderen verliegen gehabt. Kann sein, dass der das noch hat. Da war so ein Release komplett anders aufgebaut. Bei denen, die wir momentan haben, ziehen wir und eröffnen. Und bei denen war es anders. Da musste man ziehen. Da war es scharf, wie eine Handgranate. Und dann hast du das gelöst. Nach vorne. Entspannt. Weil die Entspannung weniger Bewegung reinbringt, als wenn man drückt. Und dadurch kam der raus. Wollte ich haben. Da war vom Handgelenk auch schöner. Das ist so das, was mich eigentlich mit so daran reizt, was ich schön finde. Man hat halt keinen Druck auf der Hand oder sowas. Das wird vom Handgelenk alles abgefangen. Ich glaube, wir trinken lieber noch ein Bier. Sonst Quatsch mal wieder zu machen. Irgendjemand muss die ganzen Quatsch schon ankommen. Macht doch eh keiner. Die haben bis jetzt alle dann weggeschaltet. Ich denke auch. Also Kaufempfehlungen oder sowas. Für einen, der schon alles hat. Wie du. Ich habe nicht alles. Mir fehlen zum Beispiel die Lottozahlen. Aber erst wenn die 90 Millionen Jackpot wieder drin sind. Dann würdest du eh nur Quatsch mit machen. So eine Slingshot-Halle bauen oder so. Also als erstes, was ich brauche, ist wirklich eine große Halle. Komplett ausgerüstet mit Werkzeug. Und dann vier oder fünf Meister davor, die nichts anderes, ich brauche dann auch Metallmeister, die nichts anderes zu tun haben, als auf mich zu warten, dass wenn ich morgens aufstehe und denke, oh, heute könntest du mal was mit Holz machen. Los, komm, zeig mir mal, wie geht. Du hast heute Metaller. Du hast heute frei. Mach irgendwas anderes. Geh in deine Werkzeugecke. Ich komme vielleicht morgen zu dir. Müsserschmieden oder irgendetwas. Klar würde ich auch Gag machen. Ich würde auch Quatsch machen. Wenn die Lotto gewinnen, kaufen wir uns einen Bauernhof. Und dann machen wir eine Slingshot-Kommune auf. Ja, ganz groß. Ständig Gäste, jedes Wochenende kommen wir anders vorbei. Es wird jeden Tag geschossen da. Wir haben dann natürlich ein Wäldchen mit einem netten kleinen... Ja, aber das ist ja schon wieder richtig sinnvoll. Ja. Gut, mit der Halle, das wäre auch sinnvoll. Wäre eine Auslastung für einen selber, dass man da was lernt und macht. Also richtig quatschmäßig würde ich machen. Zwei Kumpels nehmen. Schwarze Anzüge. Ich irgendwie normalen Klamotten, Bauklamotten oder sowas. Dann bei Lamborghini, Ferrari... Ne, Ferrari ist schon mal... Lamborghini, Maserati oder sowas reingehen. Kurz durchlaufen. Vor dem einen Auto stehen bleiben. Ganz leicht nicken und wieder rausgehen. Und dann gehen die beiden mit dem Geldkoffer an die Theke und sagen, Chef hat genickt, will Autokoffen. Ja, wahrscheinlich. Und hier 5000 Euro mehr, wenn Chef in anderthalb Stunden Auto fahren kann. Den dann nehmen gegen die nächste Wand fahren und sagen, Auto ist doof, ich kaufe mit Dacia. Ja, wahrscheinlich. Das wäre der Spaß wert. Das wäre dann so eine Spaß-Sache, so eine Gag-Sache, ja. Aber ich glaube, das wäre auch die einzigste. Aber machen würde ich es trotzdem nicht. Auch nicht bei 90 Millionen. Ich glaube, da liege ich mir in unserer Bauernhof-Kommune schon gar nicht so schlecht. Ne, das wäre dann auf jeden Fall was. Irgendwo Land, irgendwo eine Sache. Aber das hätte schon was, ne? Ständig Gäste, Leute kennenlernen. Schießen, permanent aufgebauter Halle, wo du schießen kannst. Man denkt, es geht ja da immer weiter. Man denkt, oh, das war's. Aber mit dem Bau, mit was für Materialien man da nehmen kann, was man da alles experimentieren kann, lernen kann. Großen 3D-Drucker, schöne Fräser eingestellt. CNC-Fräsen. Fünf, Sechser-Gelenk. Wie heißen die Dünger? Fünf Achsen simultan brauchst du. Richtig. Und... Ich rufe direkt bei Hommel an, bestelle ich quasi an. Und... Ja, 3D-Drucker, sonstiges. Maschinen, hin und her. Vor zehn Jahren, als ich damit angefangen habe, habe ich gedacht, ja... Das geht nie weiter. Und bis jetzt war irgendwie jedes Jahr irgendetwas. Wenn es bloß eine Kleinigkeit war, war manchmal richtig dolle. Dieses Jahr, was viel gekommen ist, ich sehe auf Facebook ganz viel diesen Mikata-Kram. Aluminiumchor ausgesägt, Mikata draufgeklatscht. Richtig. Und das von Leuten, die vor einem Jahr noch gar nicht dabei waren. Also... Da ist richtig was passiert in der Facebook-Gruppe. Super viele, super coole Leute dabei gekommen. Richtig, die auch trauen selber irgendwas zu machen. Ja, die nicht großartig schwatzen. Die einfach mal ein, zwei Leute anrufen und holen sie ein paar Tipps. Und dann machen die einfach mal. Was soll denn passieren? Ich verheize da irgendwie 10, 15 Euro Material, versenke da zwei, drei Arbeitsstunden drin und fertig. Ja, ich habe bei dem Mikata, bei dem Harz immer so... Ist halt bis für 0 A haltig. Und gut, wenn er mit seiner Kinderplanung und da was abgeschlossen hat, das ist dann eine andere Geschichte. Ja, aber es kann halt da auf... Du sollst es ja nicht in eine Unterhose transportieren. Nein, aber beim Einatmen oder sowas kann auf die Fruchtbarkeit, beziehungsweise auf die Chromosome oder sowas gehen. Und hin und her, da sollte man dann schon drauf achten, dass man da so ein paar Sachen einhält. Richtige Schutzhandschuhe, später beim Schleifen oder sowas halt auch. Masken oder sowas, das sieht man halt dann sehr oft, dass da wächst. Oder wie Leute dann auf einmal überrascht sind, wie die Eibe ist nicht so gesund. Ist doch Holz! Ja, okay, ja. Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube auch. Dann drehen wir nochmal Schluss. Ja. Wir machen uns noch einen schönen Abend. Vielleicht noch ein bisschen nachschießen hier oder so. Ich muss noch mal, ich darf morgen... Muss ist zwar richtig, aber die falsche Definition. Man muss eher sagen, ich darf morgen arbeiten. Also das ist irgendwie eine Nachtschicht. Und du auch nicht. Ich muss schlafen. Ich glaube, das sind zum Schlafen und zum Schießen. Ich schicke dir morgen regelmäßig Bilder, wie ich dir auch in deinem Bällchen hier unterwegs bin. Da wird ja wieder Leute ärgern. Die Pickel, die, das war ja nicht einfach so. Das war ja nicht. Wie gesagt, Papa, immer wieder hin gemacht, dass wir da ein neues Teil hatten. Da hängt ja noch Kugelfang drin. Dennoch. Dällchen. Da ist noch eine dicke. Komm raus. Sie hat das verursacht. Normalerweise ist die Catchbox für die Kleine. Wie immer, dass ihr alles möglich an Informationen kriegt. Hier nochmal Videos und Fotos. Ja, wir haben es über den Chronik drüber gehabt. Ich habe auch noch andere Sachen, wo ich es lange gehalten habe. Zum kurz gehalten. Dauert jetzt hier zu lang. Beim Bogen verliert man keine Geschwindigkeit. Egal, ob man zwei Sekunden hält oder ob man zehn Sekunden hält. Grob gesagt, gegenüber der Schleuder hatten wir erwähnt gehabt. Äh, ja. Ballern hier so. Fotos, wo ich es eingekauft habe, kommen noch. Bloß wird sich das mit den Steuern jetzt ändern. Ihr werdet die wahrscheinlich versteuern müssen. Somit wird das Ding teurer. Da sieht man die Kugel jetzt kommen. Blap. Ne, wo ist er? Da kommt er. Und schlägt da links ein. Ähm. Visier war noch nicht absolut eingestellt, aber unsere Trefferquote wurde eindeutig besser. Hier hatte ich probiert gehabt, einen Slow-Mo Aufnahmen zu machen. Konnte ich meinen Bogen nicht. Der Schleuder hat man schön gesehen, wie die Bänder durchflappen oder nicht. Tja. Das ist halt bei dieser HDPE Catchbox. Sah das hinten nicht mehr so gut aus. Visier Pins für verschiedene Entfernungen. Kann man nach links und rechts noch einstellen. Und sonstige Sachen. Das ist der Bogen mit diesen Anbauteilen. Pfeilauflage fehlt mir noch. Habe ich nachbestellt. Kommt. Ja. So schönes Spielzeug. Klar. Man kann ihn auch viel leichter halten. Insbesondere mit dem Release finde ich viel angenehmer. Wie mit der Zwille. Ähm. Das hier ist einer. Den hat Jörg Sprawa mal vor Jahren. Ich hatte ihn bei ihm in der Hand gehabt. Ich konnte ihn nicht komplett spannen. Der hat jetzt Latex. Der hat keine Federn so an sich. Sondern da sieht man Latex Bänder. Drei Stück pro Seite. Die man auch abmachen kann. Und der beschleunigt die Sachen doller. Die 8mm Kugel hier auf 135 Meter die Sekunde. Äh. Ist momentan im Preis ganz gut. Ob der dann wirklich ankommt ist eine große Frage. Hier nochmal Preis von meinem Bogen. Den ich da jetzt hatte. Das war beim Preis den ich bestellt hatte. Verändert sich immer wieder. Also. Wer Interesse daran hat. Guckt euch bei AliExpress um. Gibt verschiedene Varianten. Ist eine Möglichkeit halt. Den Stier. Die Kuh. Bei den Hörnern zu packen. Bisschen Spaß zu haben. Kugeln anders zu beschleunigen. Ob das halt. Ich finde Zwille noch immer genauer. Man muss. Wir müssen mit dem Bogen noch ein bisschen weiter üben. Und ja. Dass wir vielleicht da genauso gut werden. Ähm. Mit der Zwille. Bloß damit baller ich mehrere Jahre. Komme ich besser mit zurecht. Hier. Das war am anderen Tag aufgenommen gehabt. Kann auch sein. Dass das die. Ich hatte zum Treiben mit 13 Millimeter Kugeln. Am Anfang erst geschossen. Hier ist einer das einzige Video auf YouTube gefunden habe. Der das auch mal getestet hat. Eine Scheibe gezeigt hat. Und so gut war sein Trefferbild auch nicht. Muss man sagen. Irgendwie scheint so gut. So ein Bogen doch nicht zu sein. Ähm. Tja. Was soll ich noch groß sagen. Genießt die Bilder. Wie gesagt. Macht alles an Informationen. Nichts was habe. Liest was ich. Was ich da benutzt habe. Ich muss mal ein anderes unbedingt suchen. Oder ich muss mal eins nehmen. Was man bloß in der Hand hat. Hier der Sehnenstopper. Dass sie nicht dagegen schlägt. Weil. Sieben Gramm. Pfff. Es ist halt schon fast ein Leerschuss. Für den Bogen. Also. Wie lange das aushält. Ich habe ihn extra angeschrieben. Er hat gesagt. Zwölf Millimeter Kugeln. Muss man mindestens nehmen. Eis. Ich glaube. Ich gehe mir das alles machen. Ich weiß bloß nicht. Ob ich Erdbeer. Oder hier diese kleine Kügelchen. Dings nehme. Oder. Das wollte Frank nicht probieren. Ich weiß nicht warum. Birne Gorgonzola. Ach ne. Das war das Bananeneis was er hat. Quasi.